Hallo und herzlich willkommen zur ersten Themenwoche unserer Plenty Markets Content Weeks mit dem Thema Cross-Border-Trade international verkaufen. Heute begrüßen euch wieder Micha und ich. Mein Name ist Lisa Haag, ich bin Head of Business Development and Marketing bei Plenty Markets. Micha, möchtest du dich auch einmal vorstellen? Yes, ich bin Micha Augstein, Gründer von Parselmon und unser Steckenfeld ist Cross-Border. Nur aus dem logistischen Bereich, aber diese Wochen sind wunderbar, weil wir bis auf die letzte Woche eigentlich gar nicht über Logistik reden, sondern wirklich auch über andere Themen, die auch relevant sind, um erfolgreich zu sein im Cross-Border-Trade. Sehr richtig. Wer in der letzten Woche unsere Kick-Off-Veranstaltung gesehen hat, hatte das Vergnügen, Micha und mich live darüber reden zu hören, warum der Schritt ins Cross-Border so wichtig ist. Die Aufzeichnung findet ihr natürlich auch nochmal auf YouTube. Ansonsten soll es in dieser Woche ja um Konsumentenverhalten und Zielmärkte gehen. Wir haben uns dafür entschieden, dieses Webinar vor auch zu zeichnen, weil Micha und ich nicht die einzigen sind, die dazu was sagen können. Und es war relativ schwierig, alle Leute live an einen Ort zu bringen oder in einen Raum, um miteinander zu sprechen. Auch weil wir ein bisschen die Zeitverschiebung mit einrechnen mussten. Wir haben nämlich einen Experten, der über die USA spricht. Micha und ich haben einen Überblick mitgebracht über verschiedene Länder. Wir haben es Country Cards genannt. Zu diesen Ländern haben wir unter Umständen oder zu einigen da auch noch Experten, die im Nachgang mit Micha ein Interview gemacht haben, darüber, was sind die Besonderheiten der Märkte, wenn ich denn in diese Zielmärkte anfange zu verkaufen. Also, was ist wichtig vom Konsumenten, also vom Kunden aus gedacht? Was für Erwartungen haben die Kunden? Welche Produkte werden gut verkauft? Worauf muss ich am besten achten? Haben wir uns die Länder Belgien, Österreich, Schweiz und Spanien rausgesucht für die Country Cards und haben dann für Belgien, die Schweiz und Spanien auch noch Experten. Danach haben wir eine Case Study zum Land USA oder zum Export in die USA. Das haben wir in der Kick-Off-Veranstaltung ein bisschen rausgenommen und freuen uns, dass wir hier einen Experten an Bord haben, der ganz, ganz viele Daten und Fakten für euch hat und Wege denn in die USA zu verkaufen. Es ist ein Webinar. Es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. All diese Fragen werden wir uns annehmen und dann bei Plenty oder eben auch mit unseren Partnern und den Experten besprechen und für den Roundtable dann am Freitag bereit haben. Von daher schickt, schickt sehr gerne Fragen ein, Fragen zu dem, was Micha und ich zeigen oder aber auch, was in den Interviews gesagt wird von den Experten. Micha und damit machen wir uns auf nach Belgien, oder? Genau. Und kurz zu den Country Cards. Warum haben wir das gemacht? Weil man muss sich mit einem Land beschäftigen und wenn man das nicht macht, nimmt man das Land nicht ernst. Weil werdet ihr jetzt ein Belgier, dann wollt ihr diese ganzen Daten und Fakten, die müsstet ihr gar nicht nachlesen. Ihr wüsstet sie einfach. Ihr kennt euer Land. Und wir möchten ja, dass ihr genauso erfolgreich seid wie die Domestikselle. Also von daher schauen wir uns ein paar Länder an. Und das ist so zum Endeffekt ein Ausschnitt, weil es ist nachher irrelevant, welches Land ihr angehen möchtet. Ihr müsstet euch genauso damit auseinandersetzen. Und auch bei anderen Ländern würden wir euch genauso helfen. Aber wir können es nicht die ganze Welt machen. Von daher haben wir jetzt einfach mal vier Länder genommen, die wir einfach interessant fanden. Und Belgien, wie gesagt, ist ein Nachbarland von uns. Und macht superschöne Umsätze. Auch bei uns im logistischen Bereich. Läuft wunderbar. Aber Lisa, was haben wir da für generelle Infos eigentlich jetzt zu diesem belgischen Land? Was kannst du uns da sagen? Genau. Ich glaube, zu sagen ist nochmal, dass hier wirklich sehr, sehr viele Informationen drauf sind und dass wir uns bewusst sind, dass es sehr, sehr viele Informationen sind. Und die Aufzeichnungen wie aber auch diese einzelnen Country Cards werden wir natürlich in unserem Content Hub bereitstellen. Weil es nicht nur reicht, da einen Blick einmal drauf zu werfen, sondern die Zahlen sollte man sich eventuell nochmal näher anschauen. Was ich super spannend fand, wenn man links oben in die generellen Infos guckt, ist der Umsatz im elektronischen B2C-Handel in Europa von 12 Milliarden zu den Einwohnern von 11,56 Millionen. Das ist durchaus ein signifikanter Kuchen, von dem wir als Händlerinnen und Händlern doch ein Stück abhaben wollen. Das wäre, die Zahl hat mich sehr überrascht. Genau. Und diese Zahl, verfolgt die bitte. Wir schauen uns nachher auch andere Länder an. Wie sind denn da die Umsätze? Entspricht das ungefähr eurer Vorstellung, dass die auch diese Umsätze machen? Weil das ist manchmal echt verblüffend. Was ich cool fand, war das Einkaufsverhalten. Weil es ist für den Belgier eigentlich ganz normal, E-Commerce sozusagen tätig zu sein und einzukaufen. Und das sogar teilweise sehr exzessiv. Also selbst 27 Prozent kaufen in den letzten drei Monaten sechsmal oder sogar häufiger ein, und zwar online. Man sieht es auch so ein bisschen, wenn man sich die Internetnutzung in 2021 anschaut. 94 Prozent der Belgier nutzen das Internet. 94 Prozent, oft fragen wir uns, warum sind es nicht 100, weil wir von uns ausgehen. 94 Prozent ist da sehr hoch und 80 Prozent E-Shopper ist ein wirklich guter Anteil. Was mich überrascht hat, ist so ein bisschen die Nutzung der sozialen Medien, dass Pinterest so einen großen Anteil hat in Belgien. Aber auch wieder Zeichen dafür, man muss sich mit dem Land auseinandersetzen, um eben zu gucken, wo platziere ich und wo bewerbe ich auch meine Produkte. Ansonsten Top-Marktplätze, Boll.com, Amazon, AliExpress, auf jeden Fall super relevant. Es sei gesagt, bei all den Datenpunkten hier war es möglich, eine Mehrfachnennung anzugeben. Also es kann sein, dass die prozentualen Anteile nicht auf 100 Prozent kommen oder auch deutlich über 100 Prozent, weil eine Mehrfachnennung möglich ist. Ein Punkt noch, mit den Marktplätzen. Ich habe gerade die Aufzeichnung von René im Sinn, zumindest den Probelauf. Und dort verändert sich die Werte ganz leicht. Der hat ganz aktuelle Zahlen und das ist echt spannend, weil wenn wir jetzt aus unserer Perspektive den belgischen Markt, aber auch den niederländischen Markt sehen, dann denken wir vielleicht auch immer der deutschen Brille. Amazon muss ja der Größte sein, ist es nicht. Und Boll.com ist ein ganz kleiner Marktplatz, in Anführungsstrichen, auf der europäischen Karte, aber der relevanteste für Benelux. Und das sind so Gegebenheiten, auf die man einfach eingehen muss. Und ja, zu Pinterest muss ich sagen, ich glaube, bei der Frau ist Belgierin. Die benutzt das auch sehr, sehr gerne. Sehr gut. Beim Einkaufsverhalten, du warst eben schon da, Micha, ist, glaube ich, die Zahl derer, die auch aus der EU, also nicht nur national aus Belgien, sondern aus der EU kaufen, mit 65 Prozent, doch sehr, sehr hoch. Wir hatten letzte Woche im Kickoff die Zahl aus Deutschland, die bei um die 30, knapp über 30 Prozent lag. Das heißt, wir haben so ein bisschen voranalysiert, kleines Land, es gibt nicht alles im und aus dem Land. Von daher liegt es auf der Hand, dass man aus der EU oder auch dem Nicht-EU-Ausland einkauft, aber 65 Prozent ist hier auf jeden Fall eine hohe Bereitschaft, da auch Cross-Border-Artikel zu kaufen. Wollen wir einmal ins nächste Land schauen? Ja, und nehmt euch eine Zahl mit, 12 Milliarden Umsatz Belgien. Schauen wir in Österreich, unser Nachbarland, was uns doch so sehr ähnlich ist in vielen Punkten, nämlich auch in der offiziellen Landessprache, Deutschland und damit schon mal keine Sprachbarriere. Absolut. Und das Interessante ist, ich sagte gerade 12 Milliarden und ihr seht, Österreich sind nur 9,6 Milliarden. Das heißt, weniger wie Belgien. Aber Österreich ist im Endeffekt das Land, wo wir, das haben wir uns auch mit reingenommen, wo wir als deutsche E-Commercer sagen würden, also wenn du Österreich nicht machst, dann läuft ja ganz was falsch. Also, und hier merken wir, dass es, die machen weniger Umsatz wie Belgien und trotzdem ist es für uns das wichtigste Land sozusagen. Klar, liegt an der Sprache. Liegt auch daran, dass die Käufer oder die E-Commercer, die Shopper sozusagen, für die ist es ganz, ganz normal, auch in Deutschland einzukaufen. Ja, weil die Hürde, die sprachliche Hürde, auch die Versandkostenhürde eine ganz andere ist, weil es ist für uns ganz normal, dass wir sozusagen die Dachregionen liefern. Zumindest nach Deutschland und Österreich. Ihr kennt das ja vom Kick-Off, dass ich für die Schweiz immer so ein bisschen am fighten bin, weil da nicht jeder hinschicken möchte. Aber nach Österreich, auf jeden Fall ist da super leicht der Weg geebnet worden und das ist echt gut. Genau. Was mir bei Österreich aufgefallen ist oder so ein Aha-Effekt war, ist die Größe des Warenkorbs. 97,50 Euro als Größe des Warenkorbs ist enorm. Das heißt, obwohl Österreich, wir sehen es an der Internetnutzung, 83 Prozent, nur 65 Prozent Online-Shopper, der Kuchen kleiner im Vergleich zu Belgien, die Warenkörbe sind groß. Es können höherpreisige Artikel verkauft werden. Und das ist nicht der Hauptgrund für die Stornierung eines Cross-Border-Kaufes, sondern wenn, sind es die Versandkosten und die Lieferzeiten. Und dafür haben wir ja in dieser Cross-Border-Reihe auch noch Lösungen, die wir aufzeigen. Absolut. Gut. Das nächste Land, welches ist das denn? Wir gehen in deine geliebte Schweiz, Micha. Ja, absolut. Ich mag sie, nicht nur von der Natur und im Endeffekt von den schönen Bergen, allen drumherum, sondern es ist einfach ein sehr, sehr spannender Markt. Und wir sehen hier, dass die Schweiz einen deutlich höheren Umsatz hat im E-Commerce-Bereich. Also, ich sage mal so 30, 40 Prozent höher wie Österreich. Und man darf einzig vergessen, dass die Marge eine ganz, ganz andere ist. Und ja, wir haben jetzt hier ein paar Zahlen, also ein paar Felder, wo wir einen Strich einfach haben. Da konnten wir jetzt nicht die aktuellsten Zahlen raussuchen. Das war uns wichtig. Aber eine generelle Info zu der Warenkaufgröße Schweiz ist, dass sie ungefähr 30 Prozent höher liegt wie in Deutschland. So, das ist vielleicht mal so eine generelle Info. So kann man auch die Schweiz vielleicht auch ganz anders oder vielleicht auch leichter für sich wahrnehmen. Spannend fand ich auch die Top-Warengruppen. 74 Prozent Bekleidung, 52 Prozent Sport und Freizeit, 48 Prozent Accessoires, dann Kosmetik und Haushaltselektronik. Unsere Top-Kategorien aus Deutschland bestimmt dann danach auch vertreten. Aber dass Bekleidung, Sport und Freizeit, das was so hoch ist, hätte ich nicht erwartet bei der Schweiz. Ja. Eine Hürde für Cross-Border für Schweiz ist logischerweise, weil wir gerade als letzten Punkt hatten, diese Elektronik. Warum? Sie haben einen anderen Stecker. Das darf man nicht vergessen. Also kann man nicht einfach lockerflockig reinverkaufen, sondern muss vielleicht ein anderes Kabel beilegen oder auch, vielleicht kann man auch gar nicht reinverkaufen. Die Mehrwertsteuer ist eine ganz andere, also wir kennen ja 19 Prozent, Sie ist hier nur bei 7,7 Prozent und die Internetnutzung ist immens hoch. Also das meint man gar nicht, dass es quasi fast auf jedem Berg dann schon doch einen Internet-User gibt. Und 84 Prozent Online-Shopper ist natürlich eine Traumquote für ein Land als E-Commerce-Land. Auf jeden Fall angucken, den Marktplatz Galaxus dafür. Ein Marktplatz, der in Deutschland kaum ein Begriff ist, in der Schweiz immens wichtig. Und ich glaube, wir können auch nochmal dein Beispiel aus dem Kick-Off letzte Woche anbringen. Grund für die Stornierung eines Cross-Border-Kaufs, 80 Prozent, weil es keine Lieferung in die Schweiz gab. Das heißt, der Kunde wollte schon kaufen, wir hatten einen der 84 Prozent Online-Shopper der Schweiz auf unserem Artikel und dann gab es keine Lieferung in die Schweiz. Genau. Also es ist wirklich sehr, sehr traurig, weil das frustriert den Schweizer auch. Ich hatte letzte Woche auch noch Besuch aus der Schweiz, noch aus Lichtenstein dort und die sagten mir, das ist einfach echt schlimm. Du gehst irgendwo einkaufen, du willst das Zeug haben und dann am letzten Schritt, erst dann stellst du fest, die können mich gar nicht beliefern. Und das ist frustrierend für dich. Also von daher kaufen sie auch lieber in der Schweiz ein, weil sie da genau wissen, also der Schweizer beliefert mich, das ist das gleiche Land. Aber sie suchen trotzdem immer nach günstigen Angeboten. Und alles, was außerhalb der Schweiz angeboten wird, ist per se immer deutlichst günstiger wie in dem Land. Das werden wir nachher auch noch im Interview haben. Also das Schweizer Nettoeinkommen, davon würden wir Deutschen einfach nur schwärmen. Aber die Kosten wiederum, die sie dort haben, sind entsprechend hoch. Und von daher suchen sie auch immer nach Möglichkeiten, günstig einzukaufen. Sehr gut. Lass uns in ein weiteres Land einen Blick werfen. Ein Land, was dir nicht weniger Begeisterung abverlangt. Spanien. Deutlich, deutlich größer als die Länder, die wir uns vorher angeschaut haben. Vom Umsatz, aber auch von den Bewohnern. Und ich glaube, wenn man mal die Einwohnerzahlrelation zum Umsatz im B2C nimmt zwischen Belgien und Spanien, dann hat Belgien schon mal klar gewonnen. Genau. Aber trotzdem, man sieht es hier, wenn man es jetzt in Österreich nimmt als Messlatte, dann haben wir den 5,5-fachen E-Commerce-Umsatz, der in Spanien getätigt wird. Also, wenn wir bisher nur nach Österreich verkauft haben, hey, das ist eine super Chance, sich mit Spanien auseinanderzusetzen, auch wenn es eine andere Sprache ist. Das ist vollkommen klar. Aber auch hier, die Warenkorbgröße spricht für sich. Man gibt auch gerne jetzt mittlerweile Online-Geld aus. Da hat Spanien eine ganz harte Lernkurve machen müssen mit dem Corona-Start. Weil der Spanien kauft per se eigentlich normalerweise lieber lokal ein. Ja, ging aber dann nicht mehr. Die Läden waren zu. Er musste sich zwangsweise wirklich umstellen, weil Spanien in seiner Zeit das ganz hart durchgezogen hat. Also, es gab auch Ausgangssperren. Wer rausgegangen ist, musste 500 Euro Strafe zahlen. Da kauft man doch lieber online ein. Obwohl, wenn man sich die Internetnutzung zu eShoppern anschaut, das bisher noch nicht so verbreitet war wie beispielsweise in der Schweiz oder auch in Belgien mit nur 71%. Was ich auf diesem Slide nochmal heraushebenswert finde, ist 90% Amazon-Anteil als Marktplatz. Wenn ihr Amazon in Deutschland macht, gibt es keinen Grund, warum ihr nicht auch Amazon einfach mal in Spanien probieren solltet. Es ist kein zusätzlicher Marktplatz, den ihr anbinden müsst oder euch ausprobieren müsst, sondern Amazon in Spanien definitiv ein relevanter Kanal. Genau. Wir sehen hier auch noch Alibaba. Das Logo mit 45% über einem Ebay hat einfache Gründe. Also, die spanische Regierung und die chinesische Regierung haben so ein besonderes Abkommen seinerzeit gehabt und der Import für Waren für Endkunden war super leicht und auch super erschwinglich. Und das ist der Grund, warum der Spanier sozusagen auch diesen Marktplatz sozusagen lieb gewonnen hat. Auch wenn jetzt quasi die Hürden da sind, dass sie jetzt auch ab dem ersten Cent die Ware auch inbauen, versteuern und verzollen müssen als spanische Endkunden. Aber trotzdem, der Marktplatz ist noch sehr, sehr aktiv für die Spanier. Sehr gut. Und damit, glaube ich, machen wir mal einen tieferen Blick in deine Interviews in die verschiedenen Länder und freuen uns auf deine drei Interviews zu Belgien, der Schweiz und Spanien. Und danach von Patrick Köhler über seine Case Study mit Wie kann ich meine Produkte erfolgreich in den USA verkaufen? Michael, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir viel Spaß bei deinen Interviews. Absolut, vielen Dank. So, ich freue mich jetzt wirklich, dass René mit dabei ist. René Copplow von der B-Post, langjähriger Freund und will ich auch sehr, sehr erfahren, nicht nur im logistischen Bereich, sondern auch ein bisschen im E-Commerce-Bereich. Und ich freue mich, dass du da bist, René. Du bist auch ein strategischer Partner von uns als Parcel One. Aber auch Belgien ist auch ein strategisches Land für uns als ein Nachbarland ist. Und von daher freut mich, dass du dich kurz vorstellen kannst. Ja, Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls. Mittlerweile 20 Jahre Erfahrung im E-Commerce- und Logistik-Bereich. Einige Jahre bei TNT verbracht, DHL Express, Hermes, dann auch drei Jahre selbstständig mit einem eigenen Online-Shop und dann FedEx im Health-Sky-Bereich. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren für B-Post, für den belgischen Markt. Alles, was nach Deutschland, nach Belgien versendet wird. Super. Das finde ich total spannend, weil normalerweise jemand, der Logistik macht, macht durchgehend Logistik und du hast einen kleinen Exkurs gemacht und hast einfach dann E-Commerce auch mal von einer anderen Seite kennenlernen dürfen. Und das hat dich weitergebracht. Deshalb kannst du auch jetzt vielleicht unsere Verkäufer oder auch Versender verstehen, die jetzt einfach mal wissen wollen, hey, Belgien, was ist denn da überhaupt los mit diesem Land? Und von daher würden wir gerne in die Fragen reinspringen mit dir und etwas einfach über das belgische Land, also über die Belgier kennenlernen. Ja. Was haben die für einen Bildungsgrad oder Interessen, Alter, Einkommen? Was gibt es da so für Informationen, die du uns mitteilen kannst? Ja, Belgien mag ein kleines Land sein, aber bitte unterschätzt Belgien nicht, gerade in Bezug auf E-Commerce. Wir reden über 11,5 Millionen Einwohner, 51 Prozent sind Frauen, 49 Prozent sind Männer, ja, kaufkräftig und ja, gerade auch im Bereich E-Commerce willig, Cross-Border zu kaufen. Super cool für die Informationen schon mal. Vielen Dank. Und was wir auch schon, was Lisa und ich ja auch schon besprochen hatten, war, man hat immer Österreich so als starkes Nachbarland im Sinn, ist es auch für uns, klar, weil es auf die gemeinsame Sprache macht das ja auch alles leichter. Aber Belgien macht 30 Prozent ungefähr mehr E-Commerce-Umsatz wie in Österreich. Und auch ein Großteil wird auch Cross-Border gekauft. Und von daher ist für uns die Frage auch sehr relevant, worauf achtet eigentlich ein Belgier? Ja, und jetzt geht man vom Belgier einfach raus, der jetzt einfach ganz normal online geht und es kann nicht weiß, möchte ich jetzt Cross-Border kaufen oder nochmal ein National kaufen. Auf was liegt der Wert? Ja, in Belgien im Vergleich zu Österreich muss man auf die Sprache achten. In Belgien sind es drei offizielle Amtssprachen, Französisch, Dutch, also Niederländisch und auch Deutsch, wobei Deutsch ein, nicht der Redewert ist, der Anteil. Und wir reden über 67 Prozent, die Niederländisch sprechen und 33 Prozent, die Französisch sprechen. Das heißt, darauf sollte man sich einstellen und es den Käufern oder den potenziellen Käufern so angenehm wie möglich machen, sprich also Fleißarbeit übersetzen. Aber das ist interessant, weil wenn ich Belgien erobern möchte und ich verkaufe vielleicht schon in Frankreich, dann kann ich quasi im Endeffekt auch schon einen Teil Belgiens abgreifen. Und wenn ich in den Niederlanden aktiv bin und auch die Sprache sozusagen auch gepflegt habe, dann steht ja für Belgien eigentlich nichts mehr im Wege. Super interessanter Aspekt. Vielen Dank. Was gibt es eigentlich für No-Gos, wenn man nach Belgien verkauft? Muss man da auf irgendwas achten oder auf was muss man, oder was ist das Must-Have? Also was muss man beachten? Ja, No-Gos, es gibt Ausnahmen in der Wallonie, dass man keine PVC-Versandtaschen versenden darf, weil eben plastikfrei alles werden soll oder schon ist. Da muss man sich im Detail auseinandersetzen mit. Ansonsten, die Belgier sind offen für alles im Prinzip. Da gibt es keine No-Gos im Prinzip. Okay. Und mit den Plastiktüten, was du gerade sagtest, das ist also quasi jetzt nicht ein Trend, sondern es ist gesetzt in einer gewissen Region. Ja, das ist gesetzt. Das ist richtig. Sustainability ist natürlich ein ganz großes Thema, Nachhaltigkeit. Und dort fängt man Tatsache an und rigoros sagt man, verbannt man Plastik aus dieser Region. Okay, sehr interessant. Es gibt immer so ein Fight in Deutschland, wo man sich immer fragt, setze ich auf einen Marktplatz oder auf einen Onlineshop oder auf beides oder auf was muss ich eigentlich mehr Wert legen? Wie sieht es in sozusagen deinem Heimatland oder das Land, was du vertrittst, Belgien, wie sieht dort dieser Wert aus? Also da kann ich ganz klar sagen, man muss auf den Marktplätzen vertreten sein. Allein Boll.com hat einen Anteil vom Gesamtumsatz von 20 Prozent, Amazon 16 Prozent, Zalando 14 Prozent. Man muss dort vertreten sein. Aber auch als direkter E-Commerce-Shop wird man gesehen und es wird auch viel frequentiert und auch viel gekauft. Dafür ist es auch interessant, der durchschnittliche Warenkorb im E-Commerce-Shop liegt bei 65 Euro. Kommt aber ganz darauf an, welche Produkte man kauft. Ist es Elektronik, dann liegt es bei 170 Euro. Ist es Fashion, liegt es bei 70, auch mal 50 Euro. Dann Beauty macht noch einen Anteil von 50 Euro. Kommt ganz darauf an, was man verkauft. Okay, sehr cool die Information. Ich finde es auch sehr interessant, weil wenn man auf Amazon nicht verkauft in Deutschland, dann hat man irgendwas verpasst, so nach dem Motto. Aber hier merkt man quasi, in Belgien ist Amazon gar nicht auf Platz 1 oder auch marktbeherrschend, sondern das ist Boll.com, ein Marktplatz, der im Endeffekt im Benelux exklusiv tätig ist für den jetzigen Zeitpunkt. Und sehr interessant, vielen Dank. Weiter wird, ja, das stimmt. Genau. Eine Frage zu Tampus-Methoden. In Deutschland ist es ja so, man hat Paypal angebunden und ist quasi im Endeffekt mehr oder weniger durch. Ich muss vielleicht noch ein, zwei Sachen noch beachten. Ja. Was ist in Belgien? Ja, in Belgien PayPal ist auf jeden Fall eine sichere Bank, hat einen Anteil von 27%. Nur darüber steht noch Bankkontakt mit 29% und dann geht es weiter mit 18% Credit Card und dann noch mit 8% Pay Afterwards. Und dann gibt es noch kleinere Lösungen, auch mit Google Pay, Apple Pay und so weiter. Wobei die jüngere Generation unter 30 Jahren viel mehr auch mit Google Pay arbeitet. Also das sind es auch an die 5%. Das sind die neuen Trends, ne? Wie man teilweise auch schon in Deutschland merkt. Wo würdest du eigentlich sagen, das ist jetzt der größte Unterschied zwischen dem belgischen E-Commerce-Käufer zu einem deutschen E-Commerce-Käufer? Du hast ja auch viele Arbeitskollegen in Belgien. Also wo ist, sag ich mal, der Unterschied, den du vielleicht feststellst? Ich denke, der größte Unterschied ist, wenn man das im eigenen Land nicht beschaffen kann, dann guckt man wirklich über die Grenze hinaus. Und damit haben auch meine Kollegen speziell überhaupt keine Berührungsängste. Es wird einfach in UK, in Frankreich, in Holland oder eben auch in Deutschland bestellt. Und das funktioniert sehr gut. Im Gegensatz zu Deutschen, die dann, glaube ich, eher so mehr national innerhalb Deutschlands nach einem Online-Shop suchen, ist man da offener. Ja, man merkt schon, dass quasi Deutschland, dadurch, dass es ein großer E-Commerce-Markt ist, dass man einfach auch alles finden kann. Und das ist quasi in Belgien nicht so. Dort muss man einfach grenzüberschreitend einkaufen, wenn man wirklich alle Waren, die man haben möchte, und wenn man auch Zugriff darauf haben möchte. Sehr gut, cool, vielen Dank. Eine Frage noch zu den Produkten, die gekauft werden. Wir haben ja schon gesagt, quasi das Fashion und so weiter, allen drum und dran, besonders gerne geschockt werden. Aber kannst du vielleicht auch einen Trend oder vielleicht einen Erfahrungswert geben, was besonders von Deutschland nach Belgien geht? Also gibt es da vielleicht ein paar Produkte, wo du sagen kannst, das ist auf jeden Fall immer mit dabei? Ja, also da ist auf jeden Fall Bekleidung. Schuhe, das ist ganz weit oben mit 30 Prozent Anteil ungefähr. Dann Consumer Electronics, da reden wir über 16 Prozent ungefähr, die dann den Marktanteil haben, die Cross-Border gekauft werden. Und danach folgt auf Platz drei Health & Beauty mit 15 Prozent. Das sind so die Top drei. Danach kommt Sport, Home & Garden, Bücher und Verhaltung. Sehr gut. Und ich weiß das ja, du betreust auch sehr, sehr viele große Kunden, die wirklich LKW-weise, und zwar zahlreiche teilweise LKWs am Tag, nach Belgien verbringen. Nur mit Sendungen für Belgien. Also von daher, man kann wirklich erfolgreich sein in Belgien. Ja, nur über deren Kunden kann man nicht reden. Aber das ist auf jeden Fall alles, was Rang und Namen hat, von A bis Z. Richtig, ja. Ganz genau. Noch ein Punkt zur Sprache. Wir haben das ja quasi im Endeffekt vorhin so gesagt, okay, der Endkunde möchte es gerne in seiner Sprache lesen. Aber wie sieht es mit dem Kunden-Support aus? Also mal ein Beispiel. Ich habe jetzt sozusagen das jetzt in Französisch und auch jetzt Niederländisch übersetzt und biete die Waren dort an. Ich habe das vielleicht mit irgendwelchen Service-Partnern gemacht und mit Übersetzungstools und jetzt möchte ich Kundensupport machen. Kann der Belgier gut Englisch, sage ich mal, oder kann man da auch damit die Support-Thematiken gut klären? Bestenfalls ist der Support auch in Niederländisch, sprich also Dutch und French, verfügbar. Aber Englisch ist auch weit verbreitet, vielleicht mehr für den niederländisch sprechenden Part. Der französisch sprechende Part ist dann mehr Tatsache, nur französisch sprechend, hörend, lesend unterwegs, aber an sich auch offen dafür. Sehr gut. Und das kann ich auch widerspiegeln, weil ich bin ja auch oft in Belgien drüben und das ist ein sehr, sehr offenes Volk, muss man ganz ehrlich sagen. Und sprachlich auch sehr bewandert, weil sie auch oft beide Sprachen können und Englisch gehört per se für mich gefühlt immer bei meinen Ansprechpartnern mit dazu. Also von daher ist es eigentlich absolut super dort. Gibt es noch irgendwelche rechtlichen Aspekte, die man beachten muss, wenn man nach Belgien geht? Ja, Belgien ist in der EU, also von daher ist da viel, viel gecovert. Aber gibt es irgendwas, was du vielleicht nochmal herausstellen möchtest? Keine Besonderheiten, die mir spontan einfallen. Sehr gut. Also dann sprichst du ja dafür, dass es auch nicht schwer ist. Ja. Ja, wir machen nochmal einen Exkurs quasi in den Bereichen, in denen wir beide hauptberuflich tätig sind. Das ist die Logistik. Und da die Frage, wir kennen es von Deutschland, wir möchten sehr gerne die Ware nach Hause geliefert bekommen. Aber es entwickelt sich auch ein Trend, weil wir auch mittlerweile auch sehr, sehr viele Paketstationen haben, die wir insbesondere in Großstädten sozusagen jetzt neu kultivieren, möchte ich fast sagen, weil es ein neuer Trend ist. Der in anderen Ländern auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Aber wie sieht das in Belgien aus? Wie geht die belgische Post mit so etwas um? Oder wie sind da die Verteilungen? Ja, Tatsache ist auch der größte Anteil der Besteller, wollen ihr Paket nach Hause haben. Das sind 67%. Danach folgen direkt die Pydos, Pick-up-and-Drop-off-Stations mit 16%. Danach kommen die Parcel-Locker, also Paketstationen, wie sie uns bekannt sind. Und danach folgen Zustände beim Nachbarn oder Safe Place. Aber gerade speziell das Thema Locker und auch Pydos wird bei uns gepusht, weil es eben auch viel nachhaltiger ist, damit wir unseren CO2-Fußabdruck verringern, verkleinern können. Und wir haben inzwischen über 2600 Pick-up oder Pydos und Parcel-Locker. Das heißt, das Ziel ist, innerhalb von vier Minuten zu Fuß einen solchen Parcel-Locker oder Paketstationen zu erreichen. Und da geht eben der Trend auch hin. Weil gerade die junge Generation ist sehr nachhaltig unterwegs und nimmt das gerne an. Super. Aber 87% ist ja schon im Endeffekt ein deutlich niedrigerer Wert, wie das in Deutschland ist, mit deutlich über 80% Home-Delivery. Aber das ist schon mal sehr interessant. Jetzt hatten wir auch in der ersten Session von Plenty Content Weeks einen Punkt, wo dann auch ein User gesagt hat, oder im Endeffekt ein Merchant gesagt hat, also Cross-Border und Retouren. Das ist ja schon echt eine harte Thematik, weil Retouren logischerweise vom Ausland zurück kosten per se mehr. Keine Frage, so wie auch der Hinversand etwas mehr kostet. Aber wie sieht die Retourenquote aus für, ich sage jetzt mal vielleicht auch, vielleicht kannst du Bezug nehmen auf deine Kunden, die du hast. Wie sieht das aus mit den Retourenquoten, vielleicht zu Deutschland? Ja, genaue Prozente kann ich nicht preisgeben, aber ich kann sagen, dass die Retourenquote geringer ist als in Deutschland. Also der belgische Konsument macht sich vorher eher Gedanken, hey, was gefällt mir, was passt mir und bestellt genau das, was er auch behalten möchte. Natürlich kommt es vor, dass es auch diese brutalen Power-Shopper gibt, die Unmengen an Sachen bestellen und auch vieles zurückschicken. Aber das ist eher die Ausnahme, dass wirklich die Retourenquote gering bleibt. Sehr gut, cool. Ein Punkt, den ich immer gerne frage, weil es mich auch immer interessiert. Welche E-Commerce-Veranstaltungen gibt es denn in Belgien oder in Benelux, die relevant ist? Weil wir kennen ja unsere Veranstaltungen alle in Deutschland, zu denen wir gerne hingehen, aber in Benelux. Was ist dort quasi im Endeffekt eine Messe, wo du sagen würdest oder eine Veranstaltung? Geh dorthin, dort kannst du vielleicht auch Dienstleister oder Partner finden, die dich quasi auch unterstützen. Wenn du ein großes Projekt vorhast mit Benelux zum Beispiel, dass du dann schneller Fuß fassen kannst, vielleicht sprachlicher Art oder vielleicht mit irgendwelchen Tuts. Da kann ich speziell hervorheben, findet oder fand dieses Jahr in Utrecht statt, in Niederlande, Wettwinkelfaktagen genannt. Dort kann man sich auf jeden Fall als E-Commerceler super connecten, egal ob mit Carrierern oder anderen E-Commercelern. Das ist eine Messe, die ich da tatsächlich empfehlen kann. Sehr gut, cool. Finde ich immer spannend und ich besuche auch immer sehr, sehr gerne ausländische Messen. Von daher, die habe ich mir schon notiert und eine der nächsten werde ich dabei sein, da freue ich mich drauf. Ja, René, also vielen herzlichen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast, etwas über das belgische Land zu erzählen. Und nicht nur Zahlen, Daten, Fakten von der logistischen Seite, weil du bei Logistiker arbeitest, bei der B-Post, sondern dass du uns auch viele kleine Einzelheiten auch zu dem belgischen Land sagen konntest. Und es gibt auch immer Studien über Belgien. Einfach mal googeln oder vielleicht können wir die auch nachher zur Verfügung stellen mit den Fakten zu deinem Land, um sich einfach zu akklimatisieren. Einfach zu schauen, wie kann ich gut Belgien erreichen, ansteuern, aber auch erfolgreich umsetzen. Von daher, René, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt mich mit Hubert austauschen darf. Hubert Biedermann von der Lichtensteiner Post. Und ich freue mich, oder warum haben wir Hubert eingeladen sozusagen? Hubert ist mit mir im Vorstand auch von Logistik Natives, wo wir logistisch sehr, sehr stark aktiv sind. Aber er kennt sich auch sehr gut aus zu dem Thema Schweiz und Lichtenstein. Und deshalb freue ich mich, dass wir dich als Interviewpartner gewinnen durften für diese Plenty Content Weeks. Und Hubert, willst du kurz was zu dir sagen? Ja, lieber Michael, zuerst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Plenty Market, zu dieser Week. Da freue ich mich sehr darauf. Und ja, ich bin seit rund neuneinhalb Jahren bei der Lichtensteinischen Post zuständig. Betreue da die Key Accounts, die strategischen Partner, wie auch Puzzle One einer davon ist. Und wir kennen uns schon ein paar Jahre zusammen. Wie schon du erwähnt hast, sind wir bei Logistik Natives sehr aktiv unterwegs. Und das macht wirklich Spaß zusammen, da etwas zu bewegen und den Markt mal aus einer anderen Brille zu betrachten. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Genau, sehr schön. Und wo du es schon sagst, quasi etwas zu bewegen, die Intention heute ist auch, die Merchants, sprich die Verkäufer, die im deutschsprachigen Raum aktiv sind, aber vielleicht noch nicht in die Schweiz reinverkaufen, die das noch nicht machen, die zu bewegen, dies zu tun. Und auch das Land Schweiz kennenzulernen, das ist eine immens wichtige Sache. Und obwohl du ja von der Lichtensteiner Post bist, also quasi im Endeffekt ein ganz kleiner Bereich im östlichen Bereich der Schweiz, logischerweise kennst du die Gegebenheiten der Schweiz. Und von daher freuen wir uns jetzt schon auf Punkte, die du uns vielleicht direkt sagen kannst zu den Konsumenten in der Schweiz. Also wie alt sehen sie, was macht ein Schweizer aus, was für Interessen hat er, wie ist Bildungsstand, Einkommen und so weiter. Ja, Hubert, sag uns was dazu. Ja gut, gerne. Also die Schweizer, ich glaube, in Deutschland ist nichts Neues, die sind eher ein bisschen, ich sage es, zurückhaltend, konservativer unterwegs. Das heißt aber nicht, dass das schlecht ist. Die überlegen sich hoffentlich zweimal vielleicht, bevor sie irgendetwas verändern oder einen Schritt gehen. Wenn wir mal so den Online-Market in der Schweiz anschauen, der macht rund 14,4 Milliarden Umsatz, macht er im 2021 und davon sind 2,1 Milliarden Franken auf den Cross-Border-Bereich entfallen. Das sind rund 15 Prozent davon. Wenn man aber den gesamten Markt in der Schweiz betrachtet, der im Prinzip Detailhandel betrifft, sprechen wir doch da von einem Markt von etwa 120 Milliarden Schweizer Franken. Und da sieht man, dass diese knapp 12 Prozent, der der Online-Markt da eigentlich ausmacht, noch viel Potenzial nach oben hat. Und dieses Potenzial bietet sich nicht nur für Inländer an, auch für ausländische Versandhändler, die sich immer ein bisschen vielleicht schwer tun mit der Schweiz, weil es auf der einen Seite mehrsprachig ist, auf der anderen Seite natürlich auch die Barriere-Zoll-Grenzstation hat. Aber auch das lässt sich alles Problems überwinden. Wenn wir mal so gucken, wie sind die Generationen aufgeteilt. Im Online-Shop, ich sage jetzt mal, die sind rund 33 Prozent der Shopper entfallen auf die Generation Z, sprich 18 bis 24 Jahre. Da bin ich leider schon etwas drüber. Oder die Millennials, die zwischen 25 und 39 Jahre sind, das sind rund 25 Prozent, die regelmäßig online shoppen. Dann die Generation X, zu der ich mich zählen darf, zwischen 40 und 55 Jahre, die sind eher primär bei 16 Prozent im Online tätig. Und last but not least, die Baby-Boomer, die natürlich jetzt mittlerweile in die Jahre gekommen sind, die sind immerhin noch 9 Prozent, die sie den Online-Shop abdecken. Sehr gut. Betrachten wir noch das Thema Interessen, dann ist das nicht viel anders wahrscheinlich als wie in Deutschland. Die größten Interessen liegen eigentlich bei Fashion und Accessoires, dementsprechend, die da gekauft werden. Natürlich dann auch Heimo-Elektronik. Und wenn ich die Fashion-Betrachtung mache, dass sie schon die kaufstärkste Gruppe sind, die Generation Z, die da ziemlich stark zugreift. Und dass natürlich modebewusste Leute sind, die regelmäßig diesen Austausch betreffen. Die nächstgefolgene Kategorie sind Wohnen und Einrichten, die sehr gerne gekauft werden. Das ist dann wieder ein Thema für die Generation X. Und an der dritten Stelle kommen dann hauptsächlich die Heimmarkte, also Elektronik, Elektronikgeräte, die kommen. Und das ist dann ein Thema für die Millennials. Und so ist das eigentlich immer dementsprechend ausgerichtet. Bildungsstand ist ja auch ein Thema immer wieder. Wer kauft dann wirklich an und wo ist der Bildungsstand in der Schweiz, wenn man diese Online-Shopper mal betrachtet? Da kann man relativ groß ausholen und kann sagen, rund 89 Prozent der Online-Shopper, die regelmäßig kaufen, die gehören der tertiären Stufe an. Also sprich, die haben Hochschule, Fachhochschule, Universitätsabschluss. Und rund 74 Prozent der Inlandkäufer in der Schweiz haben immerhin Sekundarstufe 2. Das wäre so in Deutschland Stufe Matura Abitur, wo sie Abschluss haben. Und last but not least, der Otto Normalverbraucher machen ebenfalls 49 Prozent aus, die doch auch dementsprechend eine gute Bildung haben. Das ist eine coole Zahl, nicht schlecht. Ja, das freut uns, ist man erst dann bewusst, wenn man das wirklich mal auseinander nimmt, im Detail nachschaut und prüft, wie das aussieht. Was auch ein Thema ist, Einkommen natürlich. Je Einkommen stärker die Leute sind, umso eher sind die Chancen da, dass online gekauft wird. Corona hat das natürlich auch gezeigt, dass man neben den Gewohnheiten des Einkaufs auch Handelssachenprodukt. In der Schweiz ist es so, dass relativ netto Einkommen von größer 4.200 Franken pro Monat platziert ist. Und das hauptsächlich von der Millennials und Generation X online gekauft wird und die da dann sehr stark sind. Du sagst ja 4.200 Schweizer Franken. Ja. Was ist das in etwa in Euro? Ja, in heutiger Basis, wenn wir das heute anschauen, sind das rund 4.200 Euro, weil der Franken und die Euro Parität heute haben. Genau. Das ist für das jeweilige Land, kann das ein Vor- oder Nachteil sein. Aber am Schluss wollen die Leute kaufen. Sehr gut. Und das ist interessant, weil das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Also wie in Deutschland, wenn wir sagen, wenn das Durchschnittseinkommen ist bei 4.200 Euro, da wird mir steif zur Seite fallen. Aber die lieben Schweizer fallen genauso steif zur Seite mit den Ausgaben, die sie tätigen müssen, weil dort auch alles überproportional teurer ist, wie in unserem Land, in unserem Deutschland. Also von daher sehr, sehr hoher Wert, aber auch die Ausgaben sind entsprechend hoch. Von daher nimmt sich das quasi fast nichts, möchte ich sagen. Nee, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Ausgaben sind auch dementsprechend hoch. Ich denke da zum Beispiel an Wohnungsmieten. Ich denke da aber auch an die generellen Standard-Lebensmittel, die deutlich höher sind als in Deutschland. Aber auch natürlich Energiekosten, die da dementsprechend zu tragen kommen. Gerade in der heutigen Zeit hat das eine ganz große Relevanz. Also deshalb wird sich das, wenn man das umlegt nach Deutschland, etwa die Waage halten. Absolut, super. Wenn ich jetzt an den Schweizer denke, was ist denn wichtig, wenn er was einkauft oder worauf legt er auch besonderen Wert? Gib uns da deine Einschätzung. Ja, gerne. Also der Schweizer legt natürlich gerne Wert darauf, dass er gute, klare Informationen zu den Produkten bekommt. Eine gewisse Kostentransparenz muss ebenfalls mitspielen, das ist ganz wichtig. Auch aber die Transparenz selbst zu den Produkten und dass es auch keine versteckten Kosten oder Themen gibt, die er übersieht, das ist ganz wichtig, dass diese Transparenz ist. Deshalb ist er auch meistens sehr kritisch in gewissen Sachen. Je nachdem, was er für einen Umsatz oder was er für eine Menge einkauft, ist ihm auch wichtig, dass er vielleicht einen kostenlosen Versand bekommt, aber einen gewissen Wert. Ich sage jetzt mal, wenn ein Produkt den Einkaufswert 70, 80 Franken ausmacht, dass dann vielleicht die Versandkosten schon inkludiert sind. Und das kann aber jeweils nach Produktegruppe variieren, das ist unterschiedlich. Aber das sind so die Themen, die ihm ganz wichtig sind. Er hasst wie alle schlechte Überraschungen, sage ich jetzt mal. Absolut, das verstehe ich. Und bei den anderen Interviewpartnern haben wir auch immer zwei Sachen abgefragt. Was sind denn die Must-Haves, also worauf sollte man achten, damit es super ideal läuft im Verkaufsprozess, also vom deutschen Verkäufer zum Schweizer Endkunden. Und was ist ein wirkliches No-Go? Also ganz wichtig ist natürlich, dass man die Endkosten beim Cross-Border natürlich klar Transparenz macht. Der Kunde muss wissen, was er da effektiv kauft und was er denn auch dafür bezahlt. Ganz wichtig ist auch dem Schweizer Einkäufer, dass er nicht noch an der Haustüre irgendwelche Einfuhrgebühren oder Zölle bezahlen muss, sondern dass das dementsprechend schon vorweg geregelt ist. Ich nenne da die Lösung Delivered Duty Paid oder auf Deutsch geliefert und verzollt. Und diese Lösung gibt es heute, das kann man auch dementsprechend umlegen auf die Kosten gegenüber dem Schweizer Kunden. Da erschreckt er auch nicht, das ist ihm auch bewusst. Aber er hasst es effektiv, wenn er der Haustüre noch irgendwie das Portemonnaie öffnen muss und da noch ein paar Franken dem Zusteller übergeben muss. Das sind ganz wichtige Sachen. Ein weiterer Punkt, der oft auch ein bisschen unterschätzt wird, ist die Möglichkeit von Retouren, die Retourenabwicklungen. Dass man dem auch dementsprechend Rechnung trägt, dass das auch möglich wird, dass diese Abwicklung relativ einfach von der Hand geht. Weil dann sind die Chancen sehr groß, dass ein Schweizer Käufer auch zwei, drei Mal bei dem jeweiligen Online-Händler oder der Plattform einkauft und sich das natürlich auch einspielt. Sehr gut. Wie sieht es denn mit Marktplätzen versus Online-Shop aus? Ich kenne das von unseren Kunden, die dann immer auch mal nachfragen, ja Micha, soll ich lieber auf den Marktplatz gehen oder lieber auf den Online-Shop setzen? Wie ist da der Erfahrungswert für die Schweiz? Natürlich gibt es bei uns auch die Marktplätze wie in Deutschland und auch die Online-Shops. Ich würde mal sagen, die Leute kaufen natürlich gerne auf den bekannten Marktplätzen ein. Das ist klar, das ist bevorzugt. Aber gewisse Produkte, die man einen gewissen Wert auch haben, werden auch gerne direkt beim Hersteller-Online-Shop gekauft. Wenn ich mal so die bevorzugten Marktplätze anschaue, sind das Digitec, Galaxus, Amazon, wie in anderen Ländern auch und Zalando natürlich. Zalando ganz stark in der Fashion-Bereich, wo das gerne gekauft wird. Absolut. Und in Deutschland ist es so, hast du Paypal, hast du eigentlich schon einen sehr, sehr großen Zahlungsdienstleister, mit dem du vieles abgedeckt hast. Wie sieht das in der Schweiz aus? Auch Paypal ist natürlich bei uns möglich oder funktioniert auch bei uns. Da gibt es natürlich auch verschiedene andere, sagen Sie mal, schweizerische Angebote wie Twins. Aber wenn man im Ausland kauft, dann bevorzugt man natürlich die Bezahlung per Kreditkarte. Im Inland selbst ist natürlich auch immer noch ein Thema die Rechnungsstellung. Das kann man sich fast nicht vorstellen, aber das wird je nach Zielgruppe immer noch gerne geschätzt, dass man da eine Rechnung zugestellt bekommt. Und das dementsprechend bei E-Banking oder wie ich immer den abgleichen kann. Aha, check. Interessant. Welche Fallen gibt es eigentlich? Also gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, also da musst du aufpassen, lieber Verkäufer? Ja, wenn er in die Schweiz verkauft, ist ganz wichtig, dass die nötigen Zolltarifnummern zu den Produkten dokumentiert sind, bekannt sind. Dann flutscht das auch besser beim Zoll. Ansonsten kann das immer wieder Verzögerungen geben, Nachfragen, im schlimmsten Fall sogar, dass der Zoll die Sendungen nicht freigibt und zurücksendet. Und das ist eigentlich das hohe Szenario, das weder der Verkäufer liebt, noch der Käufer schätzt, weil das schreckt natürlich ab. Das sind Arbeiten, die man im Vorfeld als Unternehmen ein bisschen tätigen muss. Meistens lässt sich das über das ERP steuern und wenn man die Daten mitliefert, dann bin ich überzeugt, dass das problemlos flutscht. Und ich weiß, dass zum Beispiel Parcel Wanda da absolut gute Lösungen hat und das auch heute schon praktiziert. Hey, hey. Wir springen kurz ein bisschen weiter. Thema E-Commerce, Partner, Dienstleister. Unabhängig jetzt von Marktplätzen oder auch von der Logistik. Auf was muss man achten? Gibt es da Partner, auf die man setzen muss oder wo kann man die auch kennenlernen? Also wenn wir das rein in den versandtechnischen Bereich betrachten, sind es natürlich ganz klar, das sind die Postgesellschaften, sprich die Schweizerische Post, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Es gibt aber auch andere Anbieter, die gute Lösungen im Versand haben und auch im Return-Management. Das können Quickpacks rein oder auch andere, die das absolut anbieten können. Sehr gut. Das funktioniert auch reibungslos. Und wenn du jetzt an ein E-Commerce denkst, also du bist ja im Endeffekt ein echter Lichtensteiner, dass man so zu sagen, was wird gerne gekauft online? Ja, da habe ich selbst ein bisschen gestaunt, als ich dem nachgegangen bin. Und ich sage jetzt mal, die meisten Artikel oder die meisten Produkte, die gekauft werden, sind Tickets, Zug- und Bahn-Tickets in der Schweiz. Okay. Gefolgt von Fashion, Schuhe, Sportartikel, natürlich Accessoires, Kosmetikartikel, Heime-Elektronik, klassisch. Aber das mit den Tickets hat mich wirklich überrascht, dass da, das ist absolut die größte Anzahl, die an Käufen getätigt wird. Und das zeigt, dass doch eine gewisse Digitalisierung, Affinität zu den Digitalisierungen vorhanden ist. Interessant. Es waren ja auch Kollegen von dir letzte Woche bei uns und die haben uns auch gesagt quasi, dass das Schienennetz zum Beispiel in der Schweiz sehr, sehr wichtig ist, weil man auch sehr, sehr schnell dann auch sich in der Schweiz fortbewegen kann und dass das im Auto gar nicht geht, weil im Auto musst du quasi berghoch und wieder bergrunter und Zug fährt einfach durch und man kann, es gibt auch viele, die dann auch in Zürich oder in Bern arbeiten und mit dem Auto wäre das gar nicht möglich, dort hin anzureisen, aber per Zug geht das sehr, sehr leicht in eurem Land. Ja, das ist so. Also die Bahn ist sehr, sehr gut ausgebaut, die ist sehr gut im Personenverkehr und wird in der Nacht sehr, sehr stark für den Güterverkehr genutzt. Also Pakete werden zum Beispiel in der Nacht, können auch über, man nennt das Nachtsprung, ausgetauscht werden auf die einzelnen Hubs. Das kann mit der Bahn erfolgen, das kann mit LKW erfolgen. Und die Bahn hat den Vorteil, dass sie eigentlich bei fast jedem Wetter fahren kann, die Ware zum Stellen kann, an die jeweiligen Hubs und dort übernommen werden kann. Sehr interessant. Das ist wirklich sehr gut ausgebaut. Schweiz kennen wir und wenn wir dort hinfahren, haben wir das Gefühl, jeder spricht Deutsch oder auch Schweizerdeutsch, aber es gibt ja noch weitere Sprachen. Und sag uns was, also in welcher Sprache sollte man anbieten, wenn man in die Schweiz verkauft? Ist es nur eine oder mehrere? Also du hast schon richtig gesagt, die Schweiz hat heute eigentlich vier Landessprachen. Das ist die Deutsch, Französisch, Athlenisch, Retoromanisch. Das ist eine Mischung zwischen Italienisch und Lateinisch. Die wird in ganz kleinen Gebieten gesprochen. Primär, wenn man sich sagt, okay, welchen Markt möchte ich primär bespielen? Der größte Teil ist natürlich die deutsche Sprache, der deutsche sprechende Markt, dann der französische und italienische Markt. Ich sage immer, dieses Zielgebiet, das er anpeilt, dessen Sprache sollte dir dementsprechend können und allenfalls noch mit Englisch dazu unterstützen. Und dann deckt er da relativ viel ab. Sehr gut. Also wie wir es vorhin auch mit der Belgischen Post hatten in der Aufzeichnung, wenn ich so Frankreich mache und ich mache Italien und ich habe auch die Warenangebote logischerweise in Deutsch, dann kann ich ja im Endeffekt ganz gleich durchstarten. Weil dann habe ich ja dieses drei Sprachen und kann dann wirklich punkten, also sprachlich punkten in eurem Land. Und eine Frage auch zu dem Support, das für mich ist ja nachher im Endeffekt den Kunden-Support, den man hat. Kann der Schweizer per se eigentlich fast immer Deutsch oder Englisch oder muss man auch auf Italienisch und Französisch ausweichen, wenn man sich mit Kunden austauschen möchte? Ich sage es mal so, unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die in den anderen beiden Landessprachen tätig sind, Italienisch und Französisch sprechen besser Deutsch als wir Italienisch oder Französisch. Und das ist schon so, dass es in Deutsch geht, allenfalls natürlich auch in Englisch. Das ist sicher so, dass man das anbieten kann. Sehr gut. Wir haben noch eine Frage auch immer eingebaut, die finde ich auch sehr interessant, in Richtung rechtliche Aspekte oder Kennzeichnungspflichten. Was kannst du uns dazu sagen zu der Schweiz? Ja klar, Währung ist wichtig. Da geht es darum, dass die Rechnungen in Schweizer Franken ausgestellt werden. Das ist einfach so, dass man auch die richtige Mehrwertsteuer dahinter setzt. Die Schweiz kennt zwei Mehrwertsteuersätze. Das eine ist der Standardsatz von aktuell 7,7% und dann einen reduzierten Satz von 2,5%. Dieser kommt hauptsächlich für Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel oder Bücher zum Beispiel zum Einsatz. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite natürlich auch, wie wir das vorhin schon gesagt haben, wichtig ist, dass man die Zolltarifnummern dementsprechend mitliefern kann, dass es dementsprechend durchgeht. Und für einen Versender aus Deutschland, zum Beispiel, wenn er viele Versendungen hat, dass er sich in der Schweiz oder Lichtenstein fiskal vertreten lässt, also fiskal registrieren, damit auch Steuern und Zölleranfalls problemlos abgewickelt werden können. Das ist ein kleiner Einwahlaufwand, der ist auch nicht so teuer, wie sich das alle vorstellen. Aber es gibt absolute Sicherheit, wenn man mit Behörden zu tun hat, dann, wenn die etwas einfordern, das kann dann die Fiskalvertretung problemlos erledigen und dementsprechend auch abwickeln. Das lässt dann auch einem ruhig schlafen. Ja, nicht nur ruhig schlafen, sondern auch im Endeffekt, während man schläft, Umsätze machen, weil der Schweizer Kunde dann sozusagen wesentlich leichter bedient werden kann. Genau. Ja, kurze Frage zur Warenkorbgröße. Hast du da eine aktuelle Zahl für uns? Ja, die wird sich zwischen, ich sage jetzt mal, je nachdem, circa zwischen 150, 160 pro Monat bewegen, sage ich jetzt mal. Okay, das ist ja die Monatsausgabe. Ja, die einzelnen Korbe können zwischen 50 und 70 Franken sich bewegen, je nachdem, was da gekauft wird. Und entspannend ist, dass da die stärksten Gruppen eigentlich die Millenials und die Generation X sind, die da eigentlich natürlich die sind, die auch die meisten Mittel zur Verfügung haben und da auch dementsprechend ausgehen. Und wahrscheinlich auch keine Berührungsängste haben, in einem anderen Land zu kaufen. Das ist für die auch ganz, ganz normal. Absolut. Wir gehen nochmal kurz in den Bereich rein, in dem wir uns am besten auskennen, die Logistik. Das Bild, was wir hier in Deutschland haben, ist ja ganz einfach. Zu über 80 Prozent wollen wir Home Delivery haben. Das ist uns wichtig. Wie sieht es in der Schweiz aus? Und wie sieht es auch vor allen Dingen nicht nur in den Ballungszentren aus, sondern auch, ich sage jetzt mal, oben auf dem Berg aus? Wie sieht es dann mit Zustellungen, mit Lieferzeiten und auch im Endeffekt auch mit den neuen, modernen Zustellungsmöglichkeiten wie Locker oder auch Pudo, also ein Paketshop aus? Ja, also primär natürlich auch Heimlieferung ist das, was absolut bevorzugt wird. Das ist absolut so. Es gibt auch in den Ballungszentren absolut problemlos diese Parcel Locker, die man bedienen kann, wo gerade die Pender das sehr, sehr stark nutzen und dementsprechend eingesetzt werden. Paketshops gibt es natürlich auch. Das sind hauptsächlich die, ich sage jetzt mal, die anderen Anbieter, die hauptsächlich im B2B-Bereich zuerst platziert waren, jetzt im B2C-Bereich versuchen zu erschließen. Diese Möglichkeiten gibt es auch. Ist einfach immer wieder ein bisschen aufwendiger, als wenn die Heimlieferung funktioniert. Was in der Schweiz sehr gut funktioniert ist, weil die Schweizerische Post und die Lichtensteinische Post auch die Aufgabe haben, als Universaldienstleister die Zugänge zu sichern, dass natürlich Pakete, die allenfalls nicht zugestellt werden, bei den Filialen gelagert werden und dementsprechend auch in einer Avisierung abgeholt werden können. Und das funktioniert also wirklich problemlos und wird auch sehr, sehr rege genutzt. Sehr gut, cool. Ein Punkt, der, ich sage mal, einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert hat von meiner Sicht aus, ist der Retouren-Bereich. Wir reden ja nicht über eine Retouren, die sich innerhalb der EU bewegt, sondern quasi eine Sendung, die die EU verlässt und dann wieder zurückkommen möchte. Also von daher, wie sieht da ungefähr die Quote aus? Wie sind da die Erfahrungswerte aus deiner Sicht aus? Ja, also die Retourenquote in der Schweiz, wenn ich das so betrachte, auf 2021 liegt etwa knapp bei 22, 23 Prozent. Ein großer Teil verursacht effektiv die Fashion. Das muss man sich ganz bewusst sein. Die Fashion macht rund 40 Prozent der Retourenquote aus. Und da viele Sendungen im Online-Bereich wirklich aus Deutschland stammen, sage ich jetzt mal, hat das natürlich dann dementsprechend die Quote sich niedergelassen. Was aber wichtig ist, dass Sendungen, die ins Land eingeführt werden, auch über diesen Kanal wieder zurückgeführt werden. Weil dann sind sämtliche Informationen, die den Zoll betreffen, vorhanden. Und so lässt sich dementsprechend relativ einfach abwickeln und zum jeweiligen Versender zurückzuführen und zurückzubringen. Und so kann es sowohl für den Versender einfach gemacht werden, als auch für den damaligen, also den einzigen Käufer in der Schweiz. Sehr schön. Also klingt ein bisschen kompliziert, ist aber machbar. Das wissen wir beide, dass es absolut machbar und darstellbar ist. Und da freuen wir uns auch auf die Anfragen von meinem gegliebten Schweizer Land, weil ich mag es einfach. Noch ein Punkt, wenn man das Land ernst nehmen möchte und auch mit Veranstaltungen kennenlernen möchte oder wer auch einen Dienstleister sucht oder vielleicht auch andere Händler, mit denen man sich austauschen kann. Welche Veranstaltung kannst du uns vielleicht empfehlen, um sich da, ja, ich will nicht sagen reinzusteigern, sondern einfach sich zu akklimatisieren? Also was sich immer wieder anbietet, ist der Schweizerische Versandhandelsverband, der immer wieder verschiedene Jahre, sei es jetzt zum Beispiel Workshops anbietet, aber auch Meetings abhält. Dementsprechend kann man sich da am besten einklinken. Da bekommt man auch direkten Kontakt zu anderen Anbietern, zu Versandhändlern, auch Versender dementsprechend und kann sich da wirklich gut austauschen. Da wird auch einem geholfen, wenn es vielleicht gewisse Fragen gäbe, hinsichtlich einer Niederlassung oder wie man dann am besten vielleicht in die Schweiz einsteigen möchte, wenn man in der Schweiz das machen möchte. Das ist eine gute Organisation, die da wirklich Hand bieten kann. Und ansonsten kann man natürlich auch uns fragen. Wir können da gerne Hand bieten. Sehr schön. Cool. Hubert, dann schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für den guten Austausch und auch für die Informationen sozusagen aus deinem Heimatland oder deiner Heimatregion. Du musst mir das ja sagen, du bist ja Lichtensteiner. War sehr, sehr wertvoll für uns und ich hoffe, dass es auch den Merchants auch, ja, vielleicht einen Impuls gibt, sich zu bewegen, weil ich habe noch einen Punkt. Und zwar Hubert als Privatperson, sage ich jetzt mal. Das ist eine nicht abgesprochene Frage. Ich zeige es schon mal. Gibt uns doch mal ein Gefühl, was die Ware in der Schweiz kosten und was die Ware in Deutschland kosten. Und jetzt einfach nur ein Gefühl und nicht auf einen Cent ausgerechnet. Und warum du sozusagen auch öfters in Deutschland einkaufst? Was ist dein Beweggrund? Also es sind zwei Beweggründe. Auf der einen Seite habe ich in Deutschland eine größere Auswahl. Ich war gerade letztes Wochenende mit meiner Frau in Konstanz und die hat sich da richtig wohl gefühlt. Hatte da wirklich tolle Sachen eingekauft. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch das Thema Pricing. Wenn ich an die Tankstelle in Deutschland fuhr, letztendlich hatte ich für einen Liter Diesel, glaube ich, 1,75 Euro bezahlt. Und wenn ich bei uns an die Tankstelle fahre, bezahle ich 2,30 Franken. Also 2,30 Euro. Und diesen Unterschied, den spürt man auch dementsprechend. Ich würde natürlich nicht jetzt absichtlich nach Deutschland fahren, um zu tanken. Aber wenn sich das mit anbietet, würde ich das machen. Und die Mehrauswahl, die ich in Deutschland erfahren kann, gibt mir schon dementsprechende Möglichkeiten, Produkte zu kaufen, die es bei uns vielleicht nicht gibt oder nur schwerlich bekomme. Das Besondere sind das zum Beispiel auch Sportartikel oder andere Produkte, die in Deutschland viel besser zugänglich sind, als wie bei uns. Ja, also zugänglich und auch preislich wesentlich interessanter sind. Was auch da wiederum bedeutet für dich, lieber Merchant oder Verkäufer, du kannst zu einem höheren Prozentsatz, also eine höhere Marge fahren oder zu einem höheren Preis verkaufen in der Schweiz. Also von daher, es ist ein sehr, sehr attraktiver Markt und die Umsätze sprechen ja auch dafür. Knapp 13 Milliarden Euro Umsatz im E-Commerce-Bereich. Das heißt, 40 Prozent mehr, wie in Österreich umgesetzt wird. Also von daher, ist Schweiz für dich ein sehr, sehr interessanter Markt. Hubert, vielen, vielen Dank für den Austausch und wir sehen uns bald wieder, das weiß ich. Aber vielen Dank, dass du uns auch hier tatkräftig mitgeholfen hast mit den ganzen Informationen. Vielen Dank an dich, Michael, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich wünsche alles Gute. Also ich freue mich wirklich. Wir haben jetzt unseren ersten oder zweiten oder dritten Interview. Ich weiß gar nicht, welche Reihenfolge das ist. Auf jeden Fall starten wir jetzt das Interview mit dem Basti, sprich Bastian Darm von Trusted Shops. Und es ist mir eine Freude, dass wir uns unterhalten können. Du sitzt gerade in Barcelona, wir sitzen gerade in Deutschland und unterhalten uns gleich über sozusagen dein Land, in dem du dich gerade befindest und wo du auch lebst. Und es ist eine schöne Sache, dass wir uns mit dir austauschen können, weil wir kennen dich aus Deutschland. Du warst sehr, sehr aktiv, auch mit Trusted Shops in Deutschland. Kennst also wirklich die ganzen E-Commerce-Thematiken hoch und runter von allen Sachen, die locker laufen, aber auch zu den Wehwehchen. Deshalb muss man ja auch mal ab und zu mal Vertrauen haben in deinen Shop. Und bist übergesiedelt für ein Projekt von eurer Firma nach Spanien und lernst sozusagen das Land auf die zweite Art und Weise, haben wir gerade gesprochen, im Vorfeld. Und du hast schon mal dort gelebt und lernst es jetzt quasi neu kennen aus der E-Commerce-Perspektive. Und von daher freue ich mich, dass du dich vielleicht kurz vorstellen kannst. Ja, Micha, also erstmal danke für die Einladung. Das freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und etwas über den spanischen Markt erzählen kann. Und das tue ich natürlich gerne. Ich bin jetzt seit fast sieben Jahren bei Trusted Shops und habe ursprünglich einen juristischen Hintergrund, allerdings halt schon während des Studiums auch immer im Commercial-Bereich gearbeitet, weswegen ich da auch irgendwie hängen geblieben bin. Und bei Trusted Shops, wie gesagt, mich ja lange Jahre im Dachbereich tätig gewesen, bevor dann irgendwann im Rahmen unserer internationalen Lasierung man auf mich zukam mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, in Spanien eine Niederlassung aufzubauen. Und weil ich, wie gesagt, schon mal in Spanien gelebt hatte, fiel dann relativ schnell die Wahl auf Barcelona. Und ja, hier bin und lebe ich jetzt seit über drei Jahren. Ja, und freue mich jetzt dann gleich, ein paar spannende Fragen beantworten zu dürfen. Super, cool. Dann springen wir doch einfach mal rein in das Land an sich, sag ich mal, in die Konsumenten. Also jetzt weg von deinen Arbeitsthemen und von meinen Arbeitsthemen, Logistik, sondern wie ist denn so der Spanier? Wie verteilt sich das denn alles so? Haben die Geld, haben die kein Geld? Erzähl mal. Also der Spanier hat definitiv nicht so viel Gehalts auf Verfügung stehen im Schnitt wie der Deutsche. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, das nicht auf den Pfennig genau vorliegen. Aber man nennt die Spanier klassisch immer Mil Euristas. Was heißt das eigentlich, dass mehr oder weniger jeder so um die 1.000 Euro netto hat? Ich denke, mittlerweile gibt es halt auch einige, die schon ein bisschen mehr haben. Aber was vielleicht spannend ist, die Statistik habe ich mir im Vorfeld nämlich tatsächlich angesehen, dass sich in den letzten Jahren seit 2012, wo etwa jeder Spanier so um die 600 Euro online ausgegeben hat, wir mittlerweile bei einer Summe von 2.400 Euro roundabout sind. Also hier sieht man schon eine ganz klare Entwicklung. Das ist heftig. Das ist echt heftig. Und auf was liegt denn der Spanier sozusagen online? Also worauf liegt er Wert, wenn er was einkaufen möchte? Was ist ihm wichtig? Also wichtig ist, und ich glaube, am Ende des Tages auch da ist es jetzt gar nicht so weit vom Deutschen weg, natürlich eine gute Produktauswahl und eine zügige, unkomplizierte Lieferung und Bezahlmöglichkeit. Und wichtig ist natürlich auch, oh Wunder, das Thema Vertrauen, also dass wirklich die Ware sicher ankommt und ja, dann hoffentlich lange genutzt werden kann. Also Qualität spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja, das kann ich bestätigen. Also die Spanier achten schon darauf, dass sie da im Endeffekt nichts sich Billiges anlachen, sondern sie wollen, wenn sie was kaufen, eigentlich schon meistens etwas qualitativ Hochwertiges haben. Ja. Das günstige Zeug kriegen sie auch beim Chino. Das ist quasi im Endeffekt, die Chinesen sozusagen haben sehr, sehr viele Einzelhandelsflächen in Spanien, auch da waren sehr, sehr große Einzelhandelsflächen, wo man auch das ganze Zeug, was es auf Alibaba oder im Endeffekt früher noch bei Ebay gab, das wird jetzt einfach in der Fläche gekauft und nicht mehr online gekauft. Und von daher ist der Online-Kauf eigentlich ein wesentlich hochwertigerer Einkauf, weil das, ja, die billigen Sachen kriegt man auch sozusagen in der Fläche. Gibt es irgendwelche No-Gos? Also was darf man eigentlich nicht machen, wenn man nach Spanien verkauft? Also ich glaube, was echt wichtig ist, ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass der Spanier an sich immer noch sehr gerne auch in Geschäften einkauft. Natürlich hat sich auch hier über die Jahre wie überall die Entwicklung ganz klar Richtung E-Commerce hingetan. Es ist aber super spannend und deswegen, ich möchte das jetzt gar nicht ein No-Go nennen. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass Spanien ein Markt mit einem riesigen Potenzial ist. Der hinkt, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist einfach eine Tatsache, einige Jahre noch beispielsweise Deutschland hinterher. Aber deswegen ist, weil es immerhin auch die viertgrößte E-Commerce-Macht in Europa ist, durchaus einen Gedanken wert, wenn man das noch nicht getan hat, sich diesen Markt näher anzuschauen. Wichtig ist dann allerdings wirklich, das in der Landessprache, sprich auf Spanisch zu tun. Deutsch oder Englisch würde ich definitiv nicht empfehlen. Auch nicht, wenn das ein mallorquinischer Shop sein sollte, dann bitte trotzdem macht es auf Spanisch. Und ja, was dann eben wichtig ist, ist, ja, im Endeffekt auch die legalen Rahmenbedingungen sind dieselben, weil es alles EU-Richtlinien sind, wie auch in den anderen anreihenden europäischen Ländern, wie auch in Deutschland. Also da gibt es jetzt keine gravierenden Unterschiede. Okay, check, verstanden. Marktplätze haben wir schon auf unser Kanspikato noch mal reingeschrieben. Also Amazon ist ja richtig heftig präsent, um das mal so zu sagen. Auch in Alibaba, sprich die Waren aus China sind sehr, sehr präsent. Also es ist von diesem wirtschaftlichen Abkommen zwischen Spanien und China, es ist ja quasi im Endeffekt sozusagen die Brücke gemacht worden, dass es exzessiv genutzt werden konnte. Aber wie du schon sagst, der Spanier macht noch eine Lernkurve hin zu E-Commerce, weil er sehr, sehr gerne in der Fläche einkauft. Also wirklich im klassischen Einzelhandel einkauft, er lässt sich gerne beraten, er lässt sich gerne nach Hause liefern, er lässt sich auch gerne aufbauen. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auch in Ikea jetzt erst Stück für Stück Fuß fasst. Und das für die auch immens schwer war, weil der Spanier jetzt nicht gesagt hat, nee, also ein Billi-Regal baue ich mir nicht auf, das lasse ich mir aufbauen. Das ist so ein bisschen auch, ich sage jetzt mal fast der spanische Stolz, dass man sagt, das will man einfach so haben, man will bedient werden. Und du hast, vollkommen richtig, und du hast zum Beispiel auch eine Marke wie den Corte Inglés, das ist vergleichbar mit Kaufhof oder Karstadt, der wirklich auch einen riesen Marktplatz hat und auch genutzt wird. Was übrigens vielleicht eine Kuriosität, aber auch der Tatsache geschuldet, dass der Spanier an sich viel mehr Geld für gutes Essen als der Deutsche ausgibt oder viel mehr Wert auf Qualität, sage ich mal, legt, auch beim Supermarkt einkauf, dass nicht nur im Corte Inglés, sondern generell ein Teil von über 40 Prozent der Einkäufe, der Online-Einkäufe auch sich auf Konsumgüter, sprich auf Nahrungsmittel bezieht. Also es ist sehr, sehr weit verbreitet auch, sich sein Essen vom Supermarkt nach Hause liefern zu lassen. Natürlich nicht nur vom Corte Inglés, das bieten auch Ketten wie Mercadonna an, die ja auch ein Begriff hier sind und genau, also auch sprich dieses Liefern von sowohl gutem Essen als auch dem normalen Supermarkt einkaufen nach Hause durchaus beliebt. Normal, wirklich. Normal. Es hat nochmal einen extra Boost bekommen mit Corona, weil dann haben das echt sehr, sehr viele gemacht und wir dürfen eins nicht vergessen, es gab richtig heftige Strafen, wenn du dich quasi illegal sozusagen, also während der Corona-Zeit außerhalb deiner Wohnung aufgehalten hast oder auch zu bestimmten Uhrzeiten und so weiter, da gab es Strafen bis zu 500 Euro und dann war es ganz klar, ich brauche die Sachen, also kaufe ich einfach online, lasse sie mir liefern, das war legitim und das hat wirklich einen Boost gegeben für E-Commerce in Spanien. Absolut. Ein weiterer Punkt, wo unterscheidet sich der Spanier ganz klassisch vom Deutschen? Also, aber jetzt bezogen auf E-Commerce, da gibt es irgendwelche großen Unterschiede. Ich glaube, dass der Deutsche ein tiefgründigeres Wissen über E-Commerce an sich hat, wieder überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern zurückführend auf die Tatsache, dass der E-Commerce in Deutschland schon viel weiterentwickelt ist. Das heißt, dass generell, was so die normale Usage und auch das Einkaufen oder auf Seiten, die ich nicht kenne, angeht, schon noch eine größere Skepsis da ist beim Spanier an sich. Aber weil er eben auch noch wirklich mehr daran gewöhnt ist, auch in den noch in vielen Orten bestehenden Tante-Emma-Laden um die Ecke eigentlich lieber zu gehen. Absolut, absolut. Zum Thema E-Commerce und der spanische E-Commerce-Markt, ich sage es mal auch an Partnern, Dienstleistern. Gibt es da irgendwelche Anbieter, wo du sagen müsstest, über die sollte man nachdenken als deutscher E-Commerceler, um leichter oder schneller Fuß zu fassen im spanischen E-Commerce-Markt? Also es gibt ein Riesennetzwerk an Agenturen und Partnern, das übrigens auch für Trusted Shops in den letzten Jahren ein absoluter Erfolgsgarant war. Übrigens, ich glaube auch ein durchaus südeuropäisches Phänomen, weil auch in Italien oder Portugal und Frankreich sehen wir ein sehr starkes Netzwerk, was jetzt nicht heißen soll, dass das in Deutschland nicht weniger relevant wäre, aber noch mehr von unserem Gesamtumsatz einfach ausmacht. Das heißt, ich würde jetzt ungern einen hervorheben, weil wir viele tolle Partner haben, aber ich kann definitiv nur empfehlen, wärmstens empfehlen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie einfach sehr auf die Türken sind. Dann unterbreche ich kurz. Wie kann man die finden? Also gibt es eine Veranstaltung, wo du sagen würdest, das ist jetzt die ein oder die zwei besten Veranstaltungen in Spanien, wo man sagen kann, also geh da hin und selbst wenn du nur Englisch mit denen reden kannst, hast du einen richtigen Partner finden? Ich würde sagen, auf jeden Fall die E-Show. Das ist ein Format, das findet statt in Barcelona und Madrid. Zweimal im Jahr. Dann ein sehr exquisites, aber tolles Event, das an mehreren Standorten, die manchmal wechselnd stattfindet, ist das One-to-One. Das sind dann so Eins-zu-eins-Gespräche. Auch insbesondere für Key Accounts eine tolle Chance, neue Kontakte herzustellen. Und dann gibt es noch von E-Commerce News, was die angesagteste Nachrichtenplattform im E-Commerce in Spanien ist, eine Event-Reihe, die auch an allen möglichen verschiedenen Orten stattfindet. Und ich denke, wenn man sich das Netzwerk in Spanien aufbauen möchte, dann führt an diesen Events kein Weg vorbei. Oder sind sie auf jeden Fall, können sie eine Riesenhilfe sein. Super. Und ein kleiner Tipp von mir privat, wenn es so ein Event ist, einfach mal hinfahren, langes Wochenende daraus machen, dann hat man Arbeit um die spanische Kultur direkt verbunden und kann sie genießen. Eine Frage zu den Waren, die der Spanier quasi kauft. Ist das Übliche, ich sage jetzt mal, dass Fashion meistens weiter oben ist? Oder wie sieht das dort aus? Genauso. Ich glaube, auch da kann man jetzt keine übermäßige Rarität feststellen, außer dass, glaube ich, deutlich mehr Nahrungsmittel online als in Deutschland, aus meiner Wahrnehmung zumindest, gekauft werden. Und wie gesagt, auch deutlich mehr Geld dafür ausgegeben wird. Cool. Wir hatten vorhin schon das Thema Sprache. Dass es für eine Spanische Hunde relevant ist, sage ich mal, das auch Spanisch auch zu erleben. Aber wie spielt da noch Englisch eine Rolle? Ist es zumindest so gegeben, dass der Spanier noch englische Suchbegriffe nutzt? Oder muss er es auch Spanisch haben? Wie ist da vielleicht dein Erfahrungswert auch für dich selbst? Ich denke, dass Spanisch schon die größere Rolle spielt. Es gibt natürlich auch griffige Worte, die es dann auf Englisch gibt. Aber ich denke schon, dass die spanische Sprache echt relevant ist. Und ansonsten, ich meine, muss man natürlich wirklich gucken, je nach Artikel oder Produktkette, dass man das vielleicht auch ein bisschen ausprobiert. Das kann ich jetzt so punktuell jetzt nicht an einem Beispiel sagen, aber generell ist schon Spanisch... Es ist gut, dass du es so bestätigst, weil das ist ja ein sehr, sehr attraktiver Markt, weil wir haben knapp 55, 56 Milliarden Euro Umsatz. Also von daher, ja, nur Spanisch, okay, aber auch ein großer Markt. Aber von daher haben wir es mal kurz klargestellt, das war mir wichtig. Jetzt gehen wir noch mal... Vor allem, Entschuldigung, noch das ganz kurz, Michael, laupt mir das, kann rein theoretisch auch ein Riesensprung mit nach Lateinamerika sein. Oh ja, genau, sehr gut. Wir werden das vielleicht auch nochmal einen viel größeren Markt haben. Also Mexiko ist zum Beispiel auch an vielen Stellen da eben mit Spanien verbunden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber es ist gut, dass du es erwähnst, weil das erinnert mich an die Vergangenheit, weil da hatten wir es auch, dass viele Endkunden aus Südamerika quasi auf spanische Webseiten gehen. Warum? Sie geben irgendwas in Google ein und dann finden sie Ergebnisse logischerweise aus ihrer Region, sprich im Mittel- oder auch Südamerika, aber auch aus Spanien. Und dann kaufen sie dort auch ein und das ist für den spanischen E-Commerce-Verkäufer sozusagen eigentlich auch normal, dass er das in Südamerika liefert. Also von daher sehr, sehr guter Punkt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da sind wir schon ein bisschen so reingerutscht auch in den Bereich Versand. Wie sieht es dort aus? Also kauft der Spanier und willst nach Hause geliefert haben oder ist es eher ein Puder oder locker? Wie sieht es mit Retouren aus? Was ist deine... Also du wirst immer mehr beim klassischen Kaufen von Klamotten zur Kasse gebeten, wenn es eine Retoure gibt. Also das machen die wenigsten nur noch kostenlos. Was relativ weit verbreitet ist, sich das in irgendein Geschäft liefern zu lassen und dann eben dort abholen zu lassen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, weil das dann immer noch kostenlos ist. Aber die Retouren sind in den allermeisten Fällen wirklich kostenpflichtig. Okay, sehr gut. Was ich auch so interessant finde in Spanien rein logistisch gesehen, es gibt nicht den Top 1 oder die Top 2 Zustelldienstleister, so wie das in Deutschland ist, das ist per se einfach ein DHL oder dann auch ein Hermes und DPD, sondern in Spanien ist es wesentlich breiter gefächert. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Anbieter. Und was ich auch immer wieder interessant finde, ist, dass eine Rufnummer immens wichtig ist, wenn du etwas bestellst, weil Großstädte vielleicht nicht so, auf dem Land ist es total normal, dass du als Empfänger vorher angerufen wirst. Und dann wirst du gefragt, hey, wo bist du gerade? Ich habe ein Paket für dich. Ich werde so in den nächsten ein, zwei Stunden da. Würde ich dir gerne liefern. Kann ich sogar aus der Großstadt bestätigen. Super. Also das ist ein Punkt, da würde man sich vom deutschen Markt, würde man sagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, der Endkunde wird angerufen vom Zusteller, das ist ja fast Belästigung. Oder das ist, nee, Spanien, brutal normal. Das ist für mich vielleicht auch eine ganz wichtige Info, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dass die Vorankündigungen dann auch, was den Zeitpunkt der Lieferung angeht, wirklich dann sehr zutreffend sind. Also wirklich auch eine sehr hohe Genauigkeit. Genau. Wenn wir schon dabei sind, dann ist es auch oft so, ich kenne es, weil wir haben auch Kollegen in Spanien, da werden die angerufen, wo bist du? Dann sagen die, ja, da bin ich im Café. Kein Problem, dann hält dein Café an und gibt dir einfach das T-Shirt, was du gekauft hast, im Café. Zack, dann schreibst du und dann fährt er weiter. Also es ist eine ganz, ganz andere, lockere Art. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Wir haben zum Beispiel bei uns auch ein Geschäft unten im Haus und auch da können wir die Sachen dann abgeben lassen, wenn wir mal nicht da sind. Und das hat ja auch immer reibungslos geklappt. Sehr schön, cool. Gibt es noch einen Punkt, den du vielleicht zum Thema Spanien noch loswerden möchtest? Ja, ich glaube, dass, um da auch nochmal eine Lanze für den Markt zu brechen, wirklich die Tatsache, dass Spanisch eine der meistgesprochensten Sprachen der Erde ist. Also wirklich, wenn man diesen Gedanken mit sich trägt, ein Riesenpotenzial dahinter steckt, wenn man sich dieses Invest einmal überlegen möchte, weil eben das Potenzial weit über die iberischen Landesgrenzen hinausgeht. Also von daher, ich glaube, ein Markt mit Riesenpotenzial noch mit einem Riesenaufholbedarf, der aber auch erkannt ist. Technisch, das hatten wir Micha eben ja auch im Vorfeld besprochen, du kannst hier genau wie in Skandinavien mit der Kreditkarte Kaugummis bezahlen. Also das heißt auch sowas, was so das Mindset angeht, des Verbrauchers an sich, das geht absolut in die richtige Richtung. Super, cool. Dann vielen, vielen Dank, Basti, für die tollen Informationen aus Spanien. Ja, danke. Es hat Spaß gemacht. Absolut. Und ich hoffe, dass es auch den Teilnehmern quasi etwas bringt, sich wirklich in Spanien auseinanderzusetzen, denn es ist ein großer Markt und der macht uns auch, also nicht nur uns Freude, sondern auch vielen Händlern, die das auch aktiv angehen. Ja, sehr gerne. Danke, Micha. Hallo in die Runde. Vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf bei den Plenty Content Weeks. Mein Name ist Patrick Köhler. Ich bin ursprünglich aus Heidelberg und bin seit 2008 schon in den USA. Ich bin der Gründer von KD Global USA und wir helfen internationalen Firmen beim US-Markteinstieg. Heute darf ich hier im Rahmen der Plenty Content Weeks E-Commerce in den USA präsentieren. Wir werden ein paar Aspekte von den heutigen Trends besprechen und auch, welche Infrastruktur brauche ich wirklich, um in den USA erfolgreich meine Produkte an den Mann zu bringen. Wir werden uns Plattformen versus Marketplaces anschauen. Das Steuerthema ist ein wichtiges in den USA. Warehousing und Supply Chain. Wie kann ich hier meine Infrastruktur effizient aufsetzen? Rechtliche Aspekte. Ja, nochmal etwas anders wie in Deutschland. Und wie funktioniert eigentlich die Produkthaftung und Datenschutz? Was ist Standard bei der Kennzeichnung? FDA versus California Proposition 65. Und natürlich auch interkulturelle Aspekte. Typisch deutsch und amerikanisch. Wo sind da wirklich die Unterschiede und was muss beachtet werden? Marketplaces versus Plattformen. Also, in den USA ganz, ganz logisch. Amazon takes the charge here. Amazon ein gewaltiger Brocken wirklich im E-Commerce in Amerika. Der Trend liegt klar auf der Hand. Und 160 Millionen von den 330 Millionen Mitbürgern und Mitbürgerinnen in den USA haben Amazon Prime. Also, das ist wirklich gewaltig. Und dahinter gibt es noch verschiedene Marketplaces wie Walmart, Target oder auch kleinere wie Dick's Sporting Goods. Auf der Plattformseite schaut es etwas anders aus. WooCommerce, der Plugin, den man bei WordPress installieren kann, hat ein Share von 20 Milliarden Revenue letztes Jahr erzielen können. Und dahinter liegt dann Shopify bei 4,6 Milliarden. Aber was man nochmal bei Shopify erwähnen muss, ist folgendes. Es gibt tatsächlich in den USA alleinig 2,6 Millionen Shopify Stores von Individual Shopify Sellers. Also, diese Zahl finde ich enorm und super interessant. Number of Amazon Sellers by Annual Sales in Revenue. Letztes Jahr in Amerika, 350.000 Amazon Sellers haben es wirklich über die 100.000 Dollar Marke geschafft. Und 60.000 haben es über eine Million geschafft. Also, diese Zahlen sind einfach gewaltig. Und das zeigt auch nochmal, die Strategie, die wir auch sehen, ist, dass oftmals internationale Firmen erstmal bei Amazon listen ihre Produkte, bevor sie dann ihren eigenen Online-Store eröffnen. Also, das ist auch nochmal eine Strategie, die sich bewährt hat über die letzten Jahre. Und wir haben das einfach auch gesehen, dass diese Strategie eine richtige ist, aber nicht die einzigste. Hier nochmal ein paar Zahlen zu Shopify. Tatsächlich 2,6 Millionen Shopify Stores in den USA. Gewaltig. Also, diese Zahl ist enorm. Und dann noch ein paar andere Statistiken. Der Overall Revenue Share in North America ist 2,15 Milliarden US-Dollar. Steuern im US-Handel. Wie auch in Europa gibt es grenzübergreifend Steueransätze. In den USA ist es folgendermaßen. Es gibt die Nexus Law, die Economic Nexus Thresholds. Es gibt 50 Bundesstaaten. Und in jedem Bundesstaat sind die Regeln etwas anders. Wenn man physische Produkte in einem Bundesstaat lagert, dann muss man sich da auch registrieren. Also, da geht kein Weg dran vorbei. Aber wenn man zum Beispiel aus dem Bundesstaat Georgia Ware nach Kalifornien schickt, dann muss man sich erst registrieren, wenn man diese Threshold von 500.000 Dollar überschreitet. Oder 100 Transaktionen. Also, 100 Transaktionen sind relativ schnell erreicht. Das heißt, da muss man sich dann trotzdem registrieren und sagen, hier, ich muss jetzt hier die Steuern einnehmen in den Bundesstaat Georgia. Oder Kalifornien meine ich. Genau. Dann Supply Chain und Warehousing. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, Transatlantic Shipments. Wie funktioniert das beim Zoll? Also, hier beim HTS Tax Code Table kann man auch auf Google nachsehen, kann man seine Commodity eingeben, unter welcher Kategorie die Produkte dann fallen. Und dann sieht man hier zum Beispiel bei diesen Artikeln, bei Fitness Exercise Geräten fällt eine Duty an von 4,6%. Also, ganz, ganz gut gemacht hier in den USA, öffentlich zugänglich und kann man relativ schnell sehen, welche Duties da anfallen beim Import. Ja, dann arbeitet man oftmals mit einem Frey Forwarder zusammen. Man kann das entweder individuell pro Shipment machen, einen Customs Bond, weil jemand muss der Importer Record sein. Und das ist auch nochmal wichtig, da gibt es, entweder macht man es pro Shipment oder macht man einen Annual Customs Bond, der zwischen 500 und 750 Dollar liegt. Supply Chain und Warehousing. Natürlich die Inco Terms. Ja, jetzt arbeitet man mit einem Distributor zusammen in der USA oder macht man das selbst, hat man eine eigene Firma oder nimmt man einen Aggregator, einen Broker, wo über die Transaktionen laufen. Das kommt immer darauf an, welche Inco Terms man nutzt. Und genau, Freytos ist ein Anbieter von vielen und genau, da kann man einfach, ja, relativ schnell digital sich hier Angebote reinholen und dann mit verschiedenen Freight Forwarders zusammenarbeiten. Supply Chain und Warehousing. Es geht weiter, um hier etwas Eindruck zu schaffen, Eindrücke zu geben. Was sind die Domestic Shipping Rates? Ja, in Deutschland sind die Preise nicht so gewaltig wie hier in den USA. Also hier an diesem Fallbeispiel, die Box ist 28,15 mal 7 und wiegt 1,5 Kilo. Also wenn ich die von Georgia aus sende nach Florida, dann kostet diese Box 10,50 Dollar, nach New York 11,15 Dollar und nach Kalifornien wirklich 14,75 Dollar. Also da macht es auch wirklich Sinn, sich dann auch nochmal über die USA strategisch zu verteilen und da die verschiedenen Warehouser anzugehen. Ein Trend ist auch gerade wiederum Amazon, ja, wenn man heutzutage in den UPS Store reinläuft, denkt man wirklich, man ist bei Amazon. Die haben die Farben geändert, den Schriftzug und man denkt, da ist man vor Ort bei Amazon, dabei ist man noch bei UPS. Was Amazon jetzt ganz, ganz gut macht, ist deren Supply Chain. Du kannst jetzt Amazon Supply Chain nutzen, zum Beispiel auch bei Shopify und einfach ein Plugin installieren und deine Produkte müssen nicht bei Amazon gelistet sein, um Amazons Fulfillment zu nutzen. Das ist ein neues Programm hier in den USA und kommt ganz, ganz gut an bei den Käufern. Produkthaftpflicht. Wer kennt es nicht? Das Kaffeebeispiel bei McDonalds. Stella Liebeck hatte sich in den 90er Jahren einen heißen Kaffee über die Hand geschüttet und ihr Anwalt hatte dann McDonalds verklagt. Diese Anklage war jedoch für einen kleinen Betrag am Anfang. McDonalds hat es nicht interessiert und dann hat der Anwalt gesagt, okay, dann gehen wir da jetzt nochmal etwas tiefer rein. Und dann hat sich herausgestellt, dass McDonalds mit Absicht den Kaffee sehr, sehr heiß serviert hat, um einfach die Kunden bei McDonalds zu halten, weil McDonalds hatte die Vorstellung, wenn der Kaffee heiß serviert wird, dann bleiben die Kunden länger bei McDonalds und warten, bis der Kaffee abkühlt und verkaufen sich vielleicht nochmal ein anderes Produkt bei McDonalds. Das hatte den Ansatz, dass der Anwalt dahinter gestiegen und dadurch hat sich das Ganze natürlich viel größer aufgespielt und kam dann im Fall von Stella Liebeck versus McDonalds zu Recht zu Stella Liebeck und sie hat dann dort auch eine gute Abfindung bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dieses Mindset, dass man da bloß nicht hingehen soll, weil man dort verklagt wird, dieses Mindset soll man nochmal resetten. Wenn das in Amerika wirklich so der Fall wäre, dann wäre auch ein deutsches Unternehmen wie Stihl, die Kettensägen machen, nicht so erfolgreich, wie sie das sind. Also man muss halt einfach immer abwägen, welche Statements darf ich machen auf meinen Verpackungen, welche sind der Wahrheit entsprechend und das ist nochmal sehr, sehr wichtig. Genau, das heißt, unterm Strich, wenn alles so abgebildet ist, wie es tatsächlich der Wahrheit entspricht, sollte man sich hier in den USA keine Sorgen machen. Irgendwo hat sich ja die USA als die stärkste Wirtschaftsmacht entwickelt, das Konsumverhalten ist natürlich ganz, ganz anders wie auch das Konsumverhalten bei einem Endkunden in Deutschland und daher gibt es hier enorme Chancen und wenn man legal alle Statements so abwickelt, wie sie auch der Echtheit entsprechend, dann sollte man sich hier keine Sorgen machen bei der Produkthaftpflicht. Thema Datenschutz, GDPR gibt es hier wirklich nicht. Du kannst und du darfst E-Mail Massen bei Massen zuschicken und du musst halt nur schauen, dass du eine Opt-out Funktion hast, dass sich der Kunde fühlt oder auch der potenzielle Kunde fühlt, als kann er sagen, nein, ich will hier keine E-Mails mehr erhalten und genau. Dieser Prozess muss dann auch innerhalb von 10 Business Days geschehen in den USA, wenn dieses nicht geschieht, dann gibt es eine Penalty bei einer Anklage, aber ansonsten kann man eigentlich jede Privatperson relativ einfach erreichen, was im E-Commerce, ja, the bread and the butter ist, weil du musst ja irgendwie Marketing betreiben und das ist halt nochmal ein enormer Vorteil, E-Commerce in den USA zu betreiben im Vergleich zu Europa. Kennzeichnungspflichten, ganz wichtig in den USA, ja, kein Muss, kein Muss, aber wichtig aus dem Grund. Wenn dein Produkt im Nahrungsmittelsektor ist und du schickst es durch den Zoll und du hast nicht das vorgeschriebene Label von der FDA, das was sie recommenden, dann könnte es sein, dass die Zollbehörde sagt, halt, wir verstehen das Produkt nicht, was ist da eigentlich drin, wir können das Label nicht lesen, wir sind es einfach nicht gewohnt, dann wird es, ja, festgehalten am Zoll. Um dies zu umgehen, um dieses Risiko zu minimieren, kann man mit verschiedenen Organisationen zusammenarbeiten oder auch einfach, ja, das Label googeln, wie muss so ein Standardlabel ausschauen für die Nutrition Facts und das dann praktisch dementsprechend auf das Produkt entweder kleben oder neue Etikette anbringen. Dann gibt es das ganze Thema mit California Proposition 65, dies kann man auch googeln, da geht es darum, dass dein Produkt keine Schwermetalle enthält, die giftig sind oder auch bestimmte Farben, Beschichtungen etc. Da kann man verschiedene Tests anfragen bei verschiedenen Laboren, die geben dir dann einen Testbericht raus und wenn das dann wirklich der Fall ist, dass deine Werte über dieser Schwelle sind, dann solltest du unbedingt einen Sticker aufbringen auf deinen Produkten, um dem Endkunden diese Information weiterzugeben. In Kalifornien gibt es tatsächlich, Achtung, Bounty Hunter und diese Bounty Hunter gehen durch, ja, die Supermärkte durch oder auch bei E-Commerce und suchen bestimmte Produkte, kaufen die dann und wenn sie keinen Sticker finden, dann kann es sein, wenn sie vermuten, dass da irgendwelche Schwermetalle auch in kleinsten Werten mit drin sind, geben sie das an ein Labor und dann könnte es zu einer Anklage kommen. Also unterm Strich, ein Sticker drauf machen, wenn man in Kalifornien verkauft, ist immer die beste Lösung, dann ist man da auch hinsichtlich abgesichert und muss gar nicht seine Produkte in Labor geben. Interkulturelle Aspekte, Peach Culture vs. Coconut Culture, wenn ich das mal kurz erklären darf, in Deutschland, wir sind wie eine Kokosnuss, von außen manchmal etwas cold and unfriendly, aber wenn man mal diese Kokosnuss durchbricht, ist man sehr loyal und treu und Peach Culture, der Amerikaner ist etwas warm and fuzzy outside, ja, und innen drin hat er jedoch einen harten Kern und diese Freundschaft wirklich zu entwickeln, ist etwas schwieriger. Also im Business Aspekt ist es sehr wichtig zu verstehen und auch, ja, wenn man andere Marketing Tools benutzt, denke ich, diese Coconut Culture vs. Peach Culture ist auch immer noch sehr, sehr interessant. Ansonsten, Trends liegen auf der Hand, in Amerika ist TikTok, ja, voranschreitend, ist immer größer und größer und UGC Content ist enorm, User Generated Content. Ganz, ganz viele Brands geben ihre Produkte Privatpersonen, die dann praktisch Videomaterial generieren und das dann, ja, über die Marke dann auf deren Plattform präsentieren. Das ist jetzt fast wirklich noch die Hauptsache, was hier ein riesiger Trend ist, ist UGC. Wenn ich, wenn es neue Fragen gibt, interessante Themen zu besprechen, ich bin am nächsten Freitag beim Roundtable mit dabei, da kann ich auch direkt in Person eure Fragen beantworten und bedanke mich hier nochmal recht herzlich bei Plenty Markets, dass ich hier als Referent auftreten durfte und euch über das Thema E-Commerce in den USA berichten durfte. Euch einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, euer Patrick Hölder. Vielen, vielen Dank an Micha dafür, dass er diese Interviews durchgeführt hat. Vielen, vielen Dank an René, Hubert und Bastian für die Einblicke in die verschiedenen Länder, die ehrlichen Antworten und hoffentlich ein bisschen Geschmack auf die Länder an unsere Händlerinnen und Händler gemacht haben für den nächsten Schritt ins internationale Verkaufen. Patrick, auch vielen, vielen Dank für die Einblicke in dein Case, das Verkaufen in die USA, den Blick in die USA und wie die Zahlen da denn so aussehen, was Chancen sind. Wie geht es jetzt weiter? Wir haben unsere erste Themenwoche noch nicht komplett vorbei, denn am Freitag haben wir, wie in jeder Themenwoche, unseren Roundtable. Dafür könnt ihr euch hier unter dem QR-Code anmelden, registrieren zu dem Webinar. Wir werden einen Händler dabei haben, zum Teil unsere Partner, die wir die Woche gesehen haben. Nils von EB Research aus der ersten Woche wird dabei sein und wir freuen uns, all die Fragen, die ihr jetzt heute gestellt habt im Webinar, einmal schon durchzulesen und mitzunehmen in den Roundtable. Aber natürlich können auch während des Roundtables noch Fragen gestellt werden. Wir freuen uns auf eure Anmeldung und dass ihr dann dabei seid. Themenwoche 1 von 4. Es geht in der nächsten Woche weiter mit Steuern, Legal und Finanzbuchhaltung, wie auch in dieser Woche am Dienstag das Webinar, am Freitag der Roundtable dazu. Wir freuen uns ganz doll, wenn ihr euch auf unserer Plenty Content Weeks Seite anmeldet zu den einzelnen Webinaren. Nächste Woche steuern die Finanzbuchhaltung, gefolgt von Marktplätzen, Kundenservice, Logistik und Fulfillment. Und einen großen Dank an all unsere Partner. Wir werden jede Woche mehr Partner. Danke an alle Beteiligten, die heute mit dabei waren und wir freuen uns auch, viele dieser Partner in den nächsten Wochen sehen zu können.